hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play minecraft in einem neuen live stream im füten jetzt in der deutschen folge haben wir ein paar sachen aus dem alten haus geholt hier her getragen wir haben ein hausschwein gefunden namens günther und ja diese folge wollte habe ich habe ja eigentlich vorgenommen das andere hüte die bootanleger hütte stelle hütte aber egal das ist nicht einmal ein bisschen dran das problem ist wie man den anfang ich würde am liebsten erst mal schlafen gehen aber das ist auch immer so hoch bitte so perfekt und so musste es so soll es und dann habe ich eigentlich gedacht wir waren jetzt hier eine bohle gestellung dann ins wasser fahren da auch vom wasser aus angelt ist ja doch mal eine geile idee aber dann am besten oder sind ein paar bettige seien ich hoffe hinter uns kommt jetzt keiner hier so so dass das boden haarei und da kann es nachher losfahren das ist schon eine idee die oscar reife idee da ist ein loch weil wir es ja unsauber ausgehöhlt haben so perfekt besser soll es gar nicht sein natürlich brüchner ein bisschen wasser rein aber bis jetzt passt es mal die stelle was bruder raus fährt mir nicht der rest kommt noch so schaufel habe ich doch noch das war ich eigentlich müsste noch ein bisschen rum und ja das ist doch unser kumpel oder hat uns gesehen oder nicht aber doch macht das nicht bekannt war denke ich so hier auch weg schlaufe unsere wandel und für symbolen und alles so weg 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 so weg 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 Alles weg Ja, so viel dass er sich entfernt Mist gebührt Richtige Mist gebührt Ach, Menno So Na ja, gut, dass man flicken kann Weg, alles, alles muss weg Alles, was nicht aus Erde ist, muss weg So Äh Ja, hier muss auch noch eins höher Und hier auch So So Zwischen passt das ganz gut Da auch noch einmal hin und hier noch So Perfekt Oh ja, also es sieht auf jeden Fall scheiße aus Aber man kann es akzeptieren So Weg, weg Und weg Alles muss weg So So Sag mal Geht der Chat schon wieder nicht, oder Bert? So ein Kack Chat Ah, ohne Scheiß Twitch ist der letzte Abfuck Erst geht es tagelang nicht Und dann kommt so ein Scheiß wieder Da könnte ich echt kotzen Oh Ach, keine Ahnung Perfekt Ich ernte auch immer Wie normales zwischendurch Hä Okay, gut So, ich mal Was machen wir jetzt schon den Bonus? Wie? Aus was? Äh Flaschenstein, denke ich Das dürfte hier hinhauen Das dürfte ganz gut wirken Mal gucken, wie es aussieht So Da, da, da Ich lege überall Flaschenstein Danke sehr Äh Hier auch weg Dankeschön Und hier Will ich dann wiederum auch noch Obwohl, ne, 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 ne Ah, ah Äh Mach stattdessen hier So Da hab ich hier so einen doppelten Weg So einen doppelten In der Chat nicht geht Ich geh nachher eh raus, wenn äh Tim dann mal kommt Und dann mach ich das Stream neu Und dann müsste es eigentlich wieder gehen Also einfach nur ein bisschen Geduld Dann geht's wieder So, zumindest sollte Es wieder gehen Twitch vertraue ich eh schon lange nicht mehr So Auch das hier muss weg Es muss sterben So Und da auch hin Perfekt Hämmerhalter Haus ist leicht schwebt, aber Jetzt kann man ja alles beheben Wahrscheinlich so Es wär's irgendwie tragisch So, perfekt Äh Genau Obwohl, ne, ne, ne Ne Es passt schon so Obwohl Doch Doch Oh, ich kann gar nicht mehr rennen Ich kann wenig essen Trin Im Magen So Geh ich mal kurz mit dem Eimer holen Und äh Gießt es ein bisschen auf Hm Da ist sogar schon Wasser drin Ist schon auch schön So Und hier Steinsiegel Alles mit So Wahrscheinlich wird das Haus sogar schöner als unser altes Haus Obwohl es nicht mal ein richtiges Haus ist Es ist dann eher eine Hütte Oh, das war's schon Okay Kann man akzeptieren Yo Also ich bin zufrieden Bis jetzt Äh Was kann man hier denn machen Man kann hier Die Wand Die Wand kann man so machen Kann man Mach ich vielleicht auch so Ja Ja Das sieht glaube ich sogar ganz gut aus So Dann wiederum Kommt hier mal eine Tür hin Und Ne die Tür mal hier hin Kann ich hier nämlich ein Fenster rein machen So Schick Schick Ach das wird Das wird glaub Ich bin Einmal bin ich jetzt optimistisch Aber seit dem Beispiel bin ich eh nur noch optimistisch Da wir das neue Haus haben Mir das so gut gefällt Das wird der Optimismus schon aus jeder Korbeöffnung rauskommt So Und Im Grunde ist es schon Verstaunt ich dann Somit Also natürlich Nur fast Äh ne das muss auch weiter nach hinten Ja wow Äh Äh Ich hab da auch ne bessere Idee Wie beim anderen Haus Wie beim äh Richtiger Haus Aber das dann auch so So Und so Dann haben wir wiederum hier auch ein mehr Platz Das ist also dann zweiseitig gut Und äh Praktisch So Äh So Und dann kommt hier noch Machen wir hier so Perfekt Perfekt Du weißt immer mehr Perfekto So 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 Ey Letzte Folge sagte ich ja noch Ähm Ich möchte gerne Doch jetzt immer aktuell aufnehmen Aber das Die ganzen streams ist halt nicht möglich Ich möchte ja nicht streamen und danach ein müde machen wo ich jetzt sagen Okay Das und das habe ich gebaut natürlich kann man das schon machen Ich bin noch nie ein fan davon Gewes Ich bin auch immer noch kein fan davon Und deshalb mache ich so einen scheiß auch nicht Sondern ich nehme lieber alles auf und schicklad alles hoch Also Also Die ja auch sehr treu zugucken Und ich möchte es ja nicht äh Vorenthalten Na du So Hier machen wir auch gleich weiter Töne nochmal kurz den streamer starten an alle ähm Ähm Ich mach also Bin gleich wieder da gell Also jetzt in der Folge bin ich Sofort wieder da aber die im stream Gleich wieder Alle an alle in der folge und alle im stream wieder da sind Ich bin auch wieder da Au Du Mist gebaut So eine Hure So eine Hure Aaaaah Schnellen lustig Der pur So hüpfen wir mal ein bisschen hin und her So Hochsicherheitshaus Kommen wir auch rein Aaaaah Also ich hab die Tür auch verkauft Ich dackel das Ding halt rausrennen können Der arme Günder Buh Bin ich behindert Fasch das scheiße kaufen Eieieiei Aber der Günder bleibt uns halt treu Der kommt nicht raus Immer Immer der beste Quest Perfekt Da mal Günter Junior Aber Günter zwisch Aaaaah Eine Mist Geburt Die hat mich gesehen Die Mist Geburt Hä Eine Mist Geburt Jaaaaah Richtige Mist Geburt Hier ein Glas rein und da drei Glas rein Ich dachte gerade ich höre schon wieder ein Skelett Was wir hier unten machen sehen wir dann später noch Ich mach jetzt meine provisorische Orte hin Damit ich Damit ich Da war gerade ein Zombie ne Da ist irgendwas unter uns hier ist ein Zombie Spawner oder einfach nur ein Zombie in der Höhle Aber hier ist auf jeden Fall was Ich hör das doch Ich bin doch nicht behindert Ich hör das doch So So Da brauchen wir kein Fenster Ist eh eh keine gute Aussicht Aaaaah So Doch doch das Haus Das Haus wird geil Aaaaah Aaaaah Alles was wir bauen ist geil Ist doch so Ist doch so Muss schon zugeben So Aaaaah Ja gut dass ich gemerkt habe bis der einmal kommt Richtige Bitch Richtige Bitch ohne Scheiß Aaaaah Aaaaah Und äh Ich penne meine Wunde Ich hab eigentlich keinen Bock Dass nochmal Besuch kommt Von der anderen Art Sag ich mal So Hier rein Dankeschön Und penne meine Wunde Aaaaah Gott sei Dank endlich mal penne Puh So Das muss weg Das setzt jetzt mal auch dahin Und da müssen wir die Holzbalken auch noch anders machen So So Da brennt ein Zombie Hat der verdient So Spektakulär Weg mit dem Baum Ehe alles bloß im weg Ohne Scheiß Alles nur im Weg So Schön Ja das Ding wird auf jeden Fall Sch Nicht hässlich Haha Ich wollte schön sagen Habt ihr genau gehört Aber wollte ich mir ja selber anlügen So das passt ja schon von der Höhe Runder runter runter Oder Und dann können wir hier den Boden ab wieder austauschen Gegen äh Neneten Flaschenstein Das ist jetzt hier auch mal Flaschenstein und hier oder Aus Prinzip Wow Aaaaah Ja warum denn immer ich Warum denn immer ich Kannst du das mal verraten Mr. Creeper Verrate mir das Meine Güte Aaaaah Ich bin mal gepisst So Hoch hoch Schön Schön wie es wächst Schön wie es wächst Äh 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 Ich kann mir jetzt was ganz abstraktes machen Erstmal so Machen wir so Machen wir so So Und dann hier Äh Komplett Glas oben rum Ich weiß nicht wie das aussieht Das kann man aber gleich mal testen Hier Ist jetzt äh Gut Aber nicht umwerfen Also Aber doch das kann man machen Doch kann man so lassen Äh Ja Aber ne Ich hätte gern lieber Einfach nur ganz schlicht Hier ein Glas Und der Rest weg Das bisschen Sun of ist scheißig So Das gefällt mir schon ein bisschen besser Hier kann man zwar nicht viel sehen Aber Aus Prinzip mach ich da auch mal ein Fenster rein Und jetzt Äh Zieh ich mal wieder hier Ich halte die Bauweise Zieh mal hier Querbalken Und hier So eine Ah 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 So Da noch einer Und natürlich Kann ich Dafür noch keiner fehlen Ist doch Klar So Oh 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 Da mach ich eigentlich immer so scheiße Mann So Perfekt So Ein kleines Aber feines Angelhäuschen Anglerhützchen Hier geht natürlich noch eins in die Tiefe So Und dann machen wir hier noch ein bisschen richtig schön Bisschen richtig schön vor allem Voll krass gedeutscht So Also das müssen wir schon machen So sieht scheiße aus So Perfekt Jetzt kommen wir hier Flaschenstein hinsetzen Ah So 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 Hier noch Obwohl natürlich auch Oh da ist ein Tintenfisch Auch immer schön mit anzusehen Diese Kreaturen So So Und Hier Ich Hier Die Knie Aber Hochschwimmen habe ich nicht versucht Ich Danke So Perfekt Ist da jetzt ein bisschen eckig Das ist unten rum Aber da kann man ja theoretisch Sekunde mal Ich habe da eine Idee Da kann man noch gut ähm Ganz einfach Ein paar Treppchen hinsetzen cm So We See you See you through Let's Wanted